Du da ja ich hab den ich hab ihn verdammt ich tun mit dem falschen Tass Ja ich hab den Stein blablabla Äh Ja Ja ich freu mich so dass sie auf dem Bett helfen Ähm egal Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe Okay Äh ja Jaaaa Chino Hola Ja Chino komm her mein Freund Und ausrüst Äh n Dräger Panzer Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Nein, nicht Blumenthal, verdammt, da wollte ich nicht hin. Ich wollte zum Monstrostadt. Ich wehrte, damit es nicht zu einfach wird. Du kriegst ein Feuerhemd. Du kriegst ein Feuerumhang. Es gibt Glopid stehen, damit es in Noten mich heilen kann. Habe ich heute Blumenpunkte? 63, ich glaube, das reicht das. Okay, das wird es gering für geschwer. Ne, dort auf. Warum habe ich immer zu bedenken, dass ich nicht aufnehme? Egal, also dann wollen wir mal. Versiegelt. Schau, der Leuchtein reagiert. Das Siegel bricht. Na dann. Was soll das? Ich grüße dich. Ich bin Kulex, dunkler Ritter von Wanda. Wat? Ich bin in diese Dimension gekommen, um für den dunklen Magier zu kämpfen. Aber diese Welt ist unbewohnbar für meine Rasse. Ich denke mal, dunkler Magier soll eigentlich Black Mage heißen, also einen schwarzen Magier. Na ja. Aber ich muss in meine Welt zurück. Bevor ich gehe, möchte ich eure stärksten Ritter herausfordern. Nimmst du meine Herausforderung an? Willst du gegen mich kämpfen? Äh, ja. Oh Gott. Ich bin Materie. Ich bin anti-Materie. Ich sehe deine Vergangenheit. Ich sehe deine Zukunft. Warte. Ich konsumiere Zeit. Hallo. Scheiße, hab ich noch vergessen. Äh, wie hieß er denn jetzt? Verdammt. Ach, die Misti. Hallo. Und Dich. Ach, die Misti. Hallo. Okay, was machen wir jetzt? Warum seid ihr nicht geheilt? Verdammt, äh... Okay. Ich mach erstmal Chino und Schub. Chino und Schub auf... Mario. So, dadadadadada, dala... ...da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la... ...Lumers-Ultrasprung... ...auf... ...Feuer-Rubinen, Wasser-Safir, Erd-Zitritt und Vincemaragd. Äh... ...daten wir sowieso auf alle geht. Und zwar, bitte, es geht einigermaßen viel, damit ich Schaden reinhole, bis die sterben. Na, verdammt. Okay, Explosion. 71 Elektro-Trock. 16, na gut, das macht nicht so viel Schaden. Flammenwand. Oh mein Gott. Oh mein Gott, verzicht. Okay, Diamantsäger, schon wieder. Was? Bam. Achtzig. Okay, du musst unbedingt diese Runde heilen. Äh, Umarmung. Danke. So. Mit der Ohrschauer. Oh mein Gott. Nicht die Attacke, die so viel Schaden gemacht hat. Okay, du machst Gino Blitz auf alle. So. Oh, mir macht das genügend Schaden. Nochmal Blitz aufhalten. Dann ist das Glocken und auch. Da, 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 na, 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 ja, geht so. Blitzkugel. Du spasst dir deine Sachen auf. Du willst mal einen nach und anderen erledigen, und zwar... Umteuher machen wir erstmal. Da, 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 da. Blitzers. Na toll, wir haben alle Flächen atachen. Das ist weniger schön. Na 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 na! Und das die Moonness! Explosionen! Miss! Sehr gut! Da 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 da! Na wie, die HPG noch! Dann könntest du eigentlich mal... ... umgreifen! Auch wenn das vielleicht keine so gute Idee ist, aber vielleicht ein bisschen schade! Sehr fett da! Was? Der Hölle? Was sollte das jetzt? Äh... Na ja, dann bringt ja wohl nichts dafür, wenn ich hier Sachen mache... Na gut, dann machst du weiter mit Chino und Schub? Da 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 da! Da 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 da! Da 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 da... Da 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 da! Da 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 da! Also die viele hier, die Tests teile haben tausende, gesteinander teile ungefähr. Und das ist nicht gut! Ja, toll! Das macht ja doch schade! Äh... Okay. Du robbst an... Die, 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 Corona. Okay, was macht das? Das macht Schaden wie nix. Da, 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 und Gino ist tot, da. Ähm... Ja, ich weiß nicht... Untermacher... Und dann... Da-dam, 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 da-dam... Dunkle Stern! Boah! Boah! Boah, nicht dein Ernst! Oh, und der ist schon wieder... fast tot! Äh... Item... Na, geht sogar... Da-da-da! Was war das denn, was hat das gemacht? Nicht es, oder? Ich glaube, das hat scheiße gemacht! Ähh, dann... Kieruk K Марczyk So... Da, 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 da... Da-dam. Ein... Au, ein... Geil! Oh mein Gott! Ähh. Kann man das eigentlich... Das kann man denn dann nicht ansehen nicht erwerben? Es wäre schön, wenn eigentlich einer von diesem scheiß Gesheimant down gehen würde. Ah, ne! Du hast erst ein Mann in der Therapie, Mario! Gut, dass Fütte fast keinen Schaden erleidet. Okay, ich bin jetzt noch mal... Und... Ach ja, es ist noch keiner, der merkt, dass es übrigens die Kampferd-Bass-Springen von FNAF 4 ist. Und das wird auch so ein normaler FNAF 4 sein. Von daher, du kommst noch mal an. Du lädst mal, dass du bei mir auf den Geist gehst. Rüttersprung, den ich gerne auf alle machen. Hopp, 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 hopp. Ja, das war... Ah, einer ist tot! Einer ist tot! Sehr gut, ich habe schon mal ein bisschen weniger Probleme, wenn einer schon mal dauerlässt. Der, 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 der Mega-Sauger. Autsch, nein, nur Schaden, gut. Auf die Beach ist der Sturm. Äh, der um 88... Mario darf nicht daumen gehen, das ist das Problem. Äh, du heilst Mario mal eben. Da, 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 da. Sehr fetter. Dass er immer das macht, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch gar nicht, ich will es auch gar nicht wissen. Na gut, so, noch ein bisschen mehr Schaden, wenn es geht. Da, 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 da. Oh, 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 oh. Alter, der ist echt, der hat ja schon... Ich habe keine Ahnung, was für Allüren. Oh, ich hasse diese Sprungattacken. Da bin ich so schlecht drin. Das ist doch nicht schlecht, aber ich merke mit dem Rhythmus einfach nicht. Na gut, es lief gar nicht so schlecht. Diamantsäge. Da, 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 da. Ein Schaden. Wow. Na gut, es ist wie ein Dreckenpanzer-Dreck. Wasserwucht. Okay, was soll das werden? Naja, ein bisschen Schaden. Ein bisschen Schaden muss sein. Oh, wir haben dort keine Pipi mehr. Okay. In der nächsten Runde muss ich mit meinem Pipi nachladen gehen. Was? Was war das jetzt? Ach, egal. Ich freu mich nach. Ähm. Ich werde dafür ein A-Rom-Sierhof ansetzen. So. Da, 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 da. Du benutzt weiter dein Untersprung. Ein Hauptschwanz! Da, das war's! Du, das war's! Oh, das war's! Du, das war's! Du, das war's! Du, das war's! Untermacher. Ich hab nur noch einen. Ah, Mist. Nicht gut. Nicht gut. Geil und sonst. Ja, danke. Oh, Mitter-Schauer. Und Mario-Schlechter ist bestimmt. Nee, macht er nicht gut, gut, gut. Du konntest eigentlich nur eben Mario heilen. Na wohl. Du heizt Mario. Das ist mir jetzt wichtiger. Und so ein Ultratales. So, da, 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 da. Ein umsonst sogar. Sehr schön. So, du benutzt jetzt wieder einen Ultrasprung. Ich hätte gleich mit einem Dingshaus wissen sollen. Mit einem, äh, äh, Geizkragen vielleicht. Am Ende, gut, man soll's. Ach. Stirb mal bitte einer von den Flüchern, verdammt nochmal. Das gibt's doch nicht hier. Wie schade haben die denn? Na gut, das macht ihr sowieso keinen Schaden, aber... Ah, nee. Gut, dass die meisten Sachen nicht treffen. Naja, Einschadenspunkte. So, du musst... Bei dem Braumarmunter nicht... Du musst das mal leben. Bam! Ähm, das sind 41. Naja. Da 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 da, da 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 da, da 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 da. Na gut, du machst einen Chino-Plitz. So. Warte, fuck, also der Kampf ist wirklich verdammt schwierig. Das muss ich denn schon lassen hier. Äh, noch mal einen Ultrasprung können wir gar nicht. Jetzt normal angreifen. So. 94. Nur! Es hat mir bloß nicht, dass der Fetze die Statuswerte senkt. Auch nee, ne? Nicht dein Ernst. Nicht dein verdammter Ernst. Sturm, töte bitte nicht Mario, wenn's geht, ja? Nein, er ist tot. Ah! Äh, munter Wacher. Ich hätte ihn heilen sollen, du. Ich hätte ihn heilen sollen, ah. Mann, 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 Mann. Du, das Sternschirm, ja. Ach nee, 162 und er ist tot. Äh, ja. Das ging, weil ich jetzt in die Hose. Hm. Wir brauchen unbedingt... Das macht ja nicht das Dritte. Jetzt hätte ich auch mal was das Einser zu sein. Naja, wir brauchen unbedingt. Hier. BP. So. Ein umsonst. Und fürs Teil. Bam, bam, bam. Das macht jetzt nicht ganz so viel Schaden. Zum Glück, Flamme. Da, da. Wieder auf Peach, auf Peach, auf Peach. Nein. Ah, 21. Das gefällt mir nicht. Oh, warum denn ich auf Peach? Was? Ah, Mist. Sehr gut. So, du belebst das mal wieder. So, gut. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Gut, durchzustehen. So müssen wir eben alle heilen. Auf jeden Fall. So, da, 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 da. Zerfatz da. Jetzt macht das schon wieder meine... Das war jetzt doof. Nein, egal, meine... Oh, der Blau ist tot, der Blau ist tot. Gut, 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 gut. So, du machst... Nee, du kommst normal an und zwar auf die Fische, die Geschwächte sind erstmal... 366. Warum macht das auch immer wieder so viel Schaden? Ah, 35. Na ja, das ist ja nicht so schön. San schon. Wenn man das auch eher hat, muss auch noch eine Schwächte... Ja, toll. Gut, nochmal nur umarmen. So, da, 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 da. Cool, dass ihr es wahrscheinlich immer da angreift. So, schnurlitz. Oh, der rote. Okay, okay, okay. Jetzt könnte es doch noch zu schauend sein, weil ich mich nicht so doof anstelle. Sturm. Das macht bei dir keinen Schaden. Das ist gut. Oder fast keinen Schaden. So, guck halt, ist es an. Bam, bam! Noch ein bisschen Schaden. Flammenstein. Mist, sehr gut. Du machst noch mal einen Chino-Blitz. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich wirklich Angst nachgekommen hätte. Aber naja, das ist auch jetzt nicht mal so von Bedeutung. So, du wirst die Pepe nachvoll, mein Mario. Da, 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 da. Ich glaube, ich hätte jetzt auch zum Heil benutzen, weil so schwer dürfte es auch nicht mehr werden. Da, 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 da. Vor allem, halt, treffen die Viecher gar nicht mehr gar nicht. Das finde ich gut. Du konntest eigentlich... Ja, das will ich mal da angreifen. Bam, bam! 163. Dass er immer derzeit Fetze macht, ich weiß es nicht. Das war jetzt doof, aber egal. Und dann bin ich auch nicht mit dem Panzer am besten zurecht. Da, 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 da Äh... Einmal eben durch. Armon... Noch mal kurz der Test ob ich aufgenommen habe. Das wäre nämlich sonst verteidig, wenn ich nicht aufgenommen hätte... Deswegen, naja, da... Es geht doch eigentlich mal dauernd blödes Scheißding... Mein Gott! Naja... Dadadadada... Dadadada... Daaaahhhh! ... Therapie... Soooo, wenn die HP unter 100 fallen... Daadaadaadaadaaaa... ... nanananana... Das geht mal auf den Geist! Ich weiß nicht was die Attacke macht. Ob die die Standeselte sind oder nicht? Och, er ist tot! Ja, ok, jetzt könnte ich zwar Mellow brauchen... ...eine gucken wie viel HP er noch hat, aber egal. Hhhhhhhh... ... oh, die... ... 89, was, die Hölle macht doch Schaden. Halt! Wieviel Schaden macht er eigentlich? Ohne Zübersprung? Äh, Ultrasprung? Muss ich mal nachgucken. Mhmmmm... 2056... Okay, dann... ... ist es schwachsum, einen Ultrasprung anzugreifen, weil ja viel zu wenig Magie hat. Ist ja fester, was du auch mal... Das macht ich... Ich weiß es immer noch nicht. Fahlzahn scheint so, als hätte es mein Strauß heute gesinkt, aber schon überhaupt nicht will es mal sein. 160 of Mario! Das ist klar, ne? Ja... Mit die Arschauer! Das geht jetzt natürlich wieder... Aber macht nicht sehr viel Scheidung! Da, 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 da! Da, da, da! Da, da, da! Der hat ganz wohl schon 60.000 Apple! PHAHA 60.000 Apple! Wo ich gerade sagen! ZWEIEN nach vierfortsich Erwarnung zu sind! Wow! Ach, der war auch gerade in den Feindfällen, die sie wickte, wie man sich schaltet. Naja. Ah, dein Geist ist stark. Danke, mutige Retter. Ich werde dieses Momentum meiner Reise in Ehren halten. In einer anderen Zeit, am anderen Spiel, wären wir vielleicht Todfeinde gewesen. Äh, trennen wir uns als Kameraden. Nimm das. Halte es als Andenken an unseren Kampf in Ehre. Quarz-Talisman, Quarz-Talisman, erhalten. Wiedersehen, Meisterritter. Und die Tür ist weg. Was ist das da oben eigentlich für ein Schlüssel? Ich weiß nicht, was das für ein Schlüssel ist. Den hätte ich ja nicht gerne. Ah, egal. Was ist denn das für ein Ding hier? Quarz-Talisman, ups. Leuchtet auf Quelle. Was macht das? Äh. Keine Ahnung, was das macht. Ich weiß das nicht. Ich hatte gar kein richtiges Aswaden. Okay, das war's dann alles mit Quellex. Wir haben Quellex totgemacht. Wir haben ihn besiegt. Er war auf jeden Fall, weil er ziemlich stark war. Und ich glaube, ich hätte erst mal Schluss machen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich erst mal auf die Werkkarte gegangen bin. Dann machen wir uns erst mal nach Nimbus Line wieder auf. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Super Mario 4, äh, Super Mario RPG. Nicht 64. Super Mario RPG. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.